Hey Leute, hier ist der Marc. Willkommen zu einem neuen Video. Heute sind wir mit den deutschen Zerstörer auf Stufe 5 unterwegs und ich musste feststellen, wir haben auf meinem YouTube-Kanal noch nie ein Video zur Gede gemacht und passend zu der ersten Arena-Saison, welche hier auf Stufe 5 ausgetragen wird, haben wir hier auf jeden Fall eine gute Möglichkeit, dieses Schiff mal zu spielen. Bevor wir ins Gefecht gehen, schauen wir uns mal kurz an, welche Module und Kapitänskillung ich dort nutze und Verbesserung natürlich. Wir nutzen einmal Zielsystem, Mod 1, im zweiten Slot einmal Steuergetriebe, Mod 2 und die Verbesserungen sind soweit alle eingebaut. Und als Kapitän nutze ich den Erich Bay mit der Basisfähigkeit verschlagen und geskillt haben wir einmal. Kontakt steht unmittelbar bevor, prüfen, ab Blick, drehen und anvisieren. Nebel über dem Wasser als legendären Skill, unaufhaltsam und bei den Inspirationen nutzen wir einmal den Jersey Swirsky und den William Sims und ich würde sagen, wir gehen direkt ins Gefecht. So, wir sind im Gefecht mit dabei. Der Alubit mit der Gnefni und der Tactic Angel mit der Mahan. Hier im puren Zerstörer-Gefecht. Macht auf jeden Fall Laune, gerade wenn man in der Division ein bisschen das Matchmaking der Gegner beeinflussen kann und hier wirklich mit einer Dreier-Zerstörer-Division wirklich sehr viel Spaß haben kann und viele feindliche Zerstörer sieht. Funktioniert nicht hundertprozentig immer, aber doch immer öfter. Und los geht es. Wir fahren auf jeden Fall direkt nach links. Auf der Karte Ring hier im Herrschaftsmodus. Sind auch direkt geortet, das heißt mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit wird das Team, was auf der linken Seite von uns gestartet ist, auch in unsere Richtung fahren. Schauen wir mal, welches Team wir hier finden. 5,1 Kilometer hier unser Tarnwert. Was auf jeden Fall ziemlich gut ist. Das Beste, was man mit diesem Kapitän erreichen kann. Theoretisch könnte man die Gne noch mit dem zweiten Zerstörer-Kapitän etwas besser von der Tarnung machen. Wahrscheinlich würde man dann irgendwie 4,9 oder sowas erreichen können. Müsste dann aber Trefferpunkte opfern und das möchte man natürlich ganz ungerne. Weil das ja wirklich eine der Stärken des Schiffes ist. Hier 18.200 Trefferpunkte in Kombination mit William Sims als Inspiration. Da wäre noch ein bisschen mehr drin, wenn ich William Sims noch höher leveln würde. Aber halt auch nicht mehr ultra viel. So, okay. Funkortung. Unsere Funkortung ist ein bisschen mehr in die Mitte gesprungen. Das heißt, das Team auf der linken Seite konzentriert sich doch jetzt ein bisschen mehr Richtung Arkep. Wahrscheinlich. Ah, ich hätte sagen. Ja, jetzt ist es wieder nach rechts gesprungen. Wir sind auch nicht mehr geortet. Oh, da rechts geht schon direkt eine Nebelwand. Das heißt, dort haben wir mindestens einen vom feindlichen Team. Sollten gleich vielleicht auch unser Sonar nutzen. Dort haben wir eine Fubuki entdeckt von Team Pink. Torpedos hauen wir mal raus hier Richtung Nebelwand. Sonar ist an, weil da werden sicherlich gleich ein paar Torpedos kommen. Denke ich mal. Gemeinsames Fokusfeuer hier auf die Fubuki. Sehr schön. Taktik. Hier den Finisher gemacht. Selber haben wir aber auch ein bisschen Leben verloren. Schauen wir mal. Oh, da kommen unsere Torpedos. Und die Gnevni. Fast hier der vernichtende Schlag. Ein Torpedotreffer. Und der Adobeat hat ihn rausgenommen. Sehr, sehr schön. Damit schon direkt zwei Spieler aus dem pinken Team eliminiert. Und wow, da haben wir nochmal den ersten Spieler vom orangenen und roten Team. Und da ist der letzte vom pinken Team. Da kümmern wir uns natürlich als nächstes drum. Ist aufgeklärt durch unser Sonar. Läuft noch 30 Sekunden. Jetzt sind wir auch in der Sonarreichweite von der Icarus. Da kommen auch schon Torpedos. Ah. Mal aufpassen. Wir wollen natürlich nicht in die Torpedos hier reinfahren. Das wäre ein bisschen unnötig. Das war kein schöner Treffer. So, das hat aber gereicht. Damit die Icarus draußen. Drei Kills in unserer Division. Fast 30.000 Schaden haben wir hier schon erreicht. Wer mehr oder weniger der Einzige, der wirklich Schaden kassiert hat. Nutzen jetzt hier auch unseren Motorboost. Und versuchen jetzt hier ein bisschen das rote Team zu flankieren vielleicht. Der Taktik und der Alu-Beat sind jetzt mehr oder weniger im Zentrum. Wir ziehen jetzt die Aufmerksamkeit dort ein bisschen hin. Und wir versuchen jetzt hier die Fubuki, die wir hier gesehen haben, aus dem roten Team zu überraschen. Die Kanonen der Gede, die hauen natürlich ziemlich rein. Manko ist natürlich die Nachladezeit. Oh, fährt jetzt hier die Fubuki in die Insel rein. Und da kommt auch der nächste Zerstörer. Die Fubuki ist schon fast draußen. Sehr schön. Leider Fubuki ist jetzt hier nicht weiterhin im Rückwärtsgang unterwegs. Nächste Salve sollte aber genügen. Sichern uns damit den zweiten Kill. Und auch das rote Team ist komplett eliminiert. Nicht von uns. Ich glaube, einen Kill haben die Orangenen bekommen. Da haben wir noch die Gede. Leider knapp hier verpasst. Und jetzt haben wir noch zwei Gegner über der T61 und auch noch eine Gede. Gede zumindest hier vom Leben her auch noch sehr gut dabei. 31.000 Schaden. Sind wir wahrscheinlich gar nicht so weit vom Großkaliber entfernt. Liegt wahrscheinlich irgendwie so zwischen 30.000 und 40.000 würde ich mal vermuten. Gucken wir mal, ob wir das noch packen in dieser Runde. Die Gede hat ja noch gut leben. Und die T61 ist auch noch komplett voll. Wir flankieren jetzt hier weiter. Oh, da haben wir die feindliche Gede entdeckt. Wir haben leider hier unser Sonar gerade nicht ready. Hauen wir mal die Torpedos raus. Richtung Gede. Oh. Nicht gut gezielt hier. Noch mal einen Brand gemacht. Die Gede wird jetzt leider den Torpedos ausweichen. Ja, jetzt wollte er nicht einloggen. Oh, aber die T61 kassiert hier den Torpedos. Sehr, sehr nice. Damit gab es auch noch Großkaliber. Unterstützer. Und jetzt das Feuer hat den Rest gemacht. Und auch noch den Doppelschlag am Ende eingeleitet. Und das Gefecht ist hier auch gewonnen. Sehr, sehr nice auf jeden Fall. Da war noch mal richtig Action in den letzten paar Sekunden. 44.000 Schaden haben wir am Ende gemacht. Mit 41 Zieltreffern. Zwei Torpedotreffer. Drei Ausfälle. Vier Schiffe zerstört. Zwei Brände. Zwei Wassereinbrüche. Den Doppelschlag am Ende. Unterstützer und Großkaliber. Fauen uns natürlich auch das Teamergebnis an. Und nein, wir haben doch alle Kills gemacht. Alle neun Kills in unserer Division gelandet. Irgendwie habe ich gedacht, dass das Orangene Team einen von den Roten rausgenommen hat. Das habe ich gar nicht mitgekriegt. Den einen Kill hat der Aludon glaube ich noch gemacht. Mega, mega nice hier. Neun von neun Kills in der Division. Sehr, sehr starke Leistung. Und das hat wieder richtig Spaß gemacht. Schauen uns auch schnell den Wirtschaftszweig an. 287.000 Kreditpunkte Profit gemacht. Und dann gab es noch einiges an Erfahrung mit den seltenen Booster hier. So Leute, das soll es auch mit der Runde mit der Gede in der ersten Arena-Saison gewesen sein. Ich hoffe, es hat euch gefallen. War auf jeden Fall eine spaßige Runde. Und hier wenigstens mal eine Gede-Runde auf meinem YouTube-Kanal. Hat doch relativ gut gepasst, würde ich sagen. Lasst auf jeden Fall ein Like da, ein Abo wäre spitze. Schaut in die Videobeschreibung. Dort findet ihr meinen Twitter-Account, meinen Twitch-Kanal, meinen Discord-Server. Schaut dort gerne vorbei. Ich würde mich freuen. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal, Leute. Haut rein. Ciao, ciao.